halli hallo hallöchen meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einem neuen info video ich bin der onkel und ich habe euch mal wieder was mitgebracht eine kleine information und ja ich bin aber jetzt hier das am spontan machen das heißt bei mir ist alles noch grad von der arbeit hoch meine frau die ruft schon wieder drüber und so und ich muss jetzt ganz schnell spontan dieses video raushalten dass ihr früh genug erfahrt was los ist und zwar am samstag den kommenden samstag 14 11 circa 21 uhr 30 macht euch bereit meine liebe freunde dann da wird ein live stream anstatt gehen und zwar aber nicht hier auf youtube sondern auf twitch.tv slash gamers check unterstrich lp wer uns da noch nicht gefollet hat der sollte das jetzt vielleicht tun und am samstag wie gesagt kommt dann ein live stream wir werden dann auch die webcam und so einblenden und zwar ist der liebe rewano bei mir zu besuch hier und zwar wird das thema des abends natürlich sein wwe 2k 16 das spiel macht uns gerade so mega viel spaß und es ist so mega spannend und wir hatten auch schon in die kommentare unten drunter gehabt oder auch so kommentare so dass wir doch bitte match wünsche erfüllen sollen ja und damit habt ihr eure möglichkeit und zwar das ganze live wir werden sozusagen anfangen mit dem roi ramble ein bisschen rum daddeln den roi ramble dann durchziehen wir haben hier zettel und stift hinlegen und wird dann was ihr da so für matches wünsche mir hier aufschreiben und die werden wir dann nacheinander abarbeiten und ja das soll wie gesagt die w2k 16 abend werden wenn dann später natürlich das spiel eintönig wird was ich aber nicht so ganz glaube weil man sehe unsere turnier turnier und ist schon echt cool es macht schon echt spaß und hier wenn man dann live an einer konsole zockt dann ist natürlich auch dieses ganze dieses ganze delay weg vom blocken und so da wird das noch ein bisschen spannender da kann ich definitiv das kann ich euch definitiv sagen das wird spannend und ja 21.30 wie gesagt 21 Uhr werden wir uns hier hin hocken werden noch die einstellung machen weil ich habe keine lust wie beim letzten live stream mit odien dass hier noch so viele fehler dann passieren und dann ich will das hier dass das ordentlich an start geht deswegen 21.30 ab 21.30 mal hier sein wie gesagt voll und dann kriegt ihr das ganze auch per e mail ich werde auch noch mal unten in der video beschreibung noch mal den kanal verlinken den twitch kanal und ja da würde ich sagen sehen wir uns am samstag den 14 11 21 uhr 30 ich freue mir ich freue mir riesig ich freue mir ein knie ins bein ich freue mir noch ins knie so rum ins bein drittes und ich ja wird definitiv lustig und ja ich wieder eine person die ich privat mal kennenlernen ich kenne ja und wir waren nur von ja man hat sich schon gesehen klar aber so ist er dann halt original kann ich ein original mal anschnauzen und ja nee also auf jeden fall wird cool ich freue mich drauf ich freue mich auf euch und wir sehen uns dann samstag bis denn ciao